Wir gehen jetzt erstmal zu Joey. Hab ich schon wieder den Namen vergessen, Alter. Chipagnas Chauffeur? Chauffeur? Ich bin so eine Cipriani! Ich bin so eine Cipriani! Okay. Okay Junge, fahr mich zur Wäscherei in Chinatown. Ich hab was zu verlegen. Die Waschweiber da haben ihr Schutzgeld nicht bezahlt oder was? Keine Dummheiten, okay? So, los gehts. Wo müssen wir denn jetzt hin? Achso. Wir fahren mal hier lang. Wir machen einen kleinen Abwitz. Aber die Missionen sind relativ schnell alle zu machen, ne? Da ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt nicht so schwierig. Den hast du relativ schnell durch. So, ich bin da. Achso. Ja, was soll ich machen? Ne? Zurück ins Fahrzeug. Warte, lass den Motor laufen. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Oh, let's go! Wo muss ich hin? Muppe läuft auf jeden Fall. Na gut. Welcher Volk? Nö. Alles cool. Alles cool. Junge, geh mal ein bisschen schneller hier. Na gut. Na gut, das ist gut. Halt! Hier. Komm später wieder, dann dürfen wir dir eigenes Blöde mitwaschen. Okay. Wie hieß der nochmal? Gab es den Namen schon wieder vergessen? Toni, ne? Toni. Toni, kipi, kapi, kapi, pupi.